Guten Morgen, ihr Lieben, wenn die großen Teile irgendwo in irgendwelchen NTCs oder sonstigen Outdoor-Aktionen unterwegs sind, dann merken wir das immer an unserem Gottesdienstbesuch. Nichtsdestotrotz, der Wichtigste ist da, du. Nein, unser Herr Jesus natürlich auch, aber wichtig ist, dass du da bist und dass du sagst, Jesus, ich bin hier, um was zu empfangen. Alena und Sebastian sind auch da. Ich habe von einem Pastor folgende nette Geschichte mitgekriegt. Die haben auch ein Kind bekommen und dann sagt der alte Pastor zu ihm, weißt du, bei uns war das so. Vor ein paar Jahren sah meine Frau den Film Das doppelte Lottchen und dann brachte sie später Zwillinge zur Welt. Im nächsten Jahr kam ich eines Abends nach Hause und sie hatte gerade den Film Die drei Musketiere gesehen und darauf brachte sie Drillinge zur Welt. Und dann schaut ihn der Jungpastor mit seinem einen Kind an und sagt, und, wie ging das weiter? Ja, sagt er, ich hatte einen Tag, da habe ich mir echt Sorgen gemacht. Ja, wieso das denn? Ja, da kam ich nach Hause und sie schaute den Film Die Geburt einer Nation. Da hätte ich mir wahrscheinlich auch Sorgen gemacht an seiner Stelle. Weiß nicht genau, warum du hier bist, ob du dir wirklich ernsthaft Sorgen gemacht hast oder ob du sagst, mich berührt dieses Thema Heilung. Gott erleben mitten in meiner Situation. Ich habe so einen Satz für mich entwickelt, der heißt, wir als Menschen leiden so ein bisschen darunter, dass wir eine Rindvieh-Weisheitsmentalität entwickeln. Ich weiß nicht genau, ob ihr versteht, was darunter gemeint ist. Rindviecher leben mit der Weisheit, dass es auf der Wiese des Nachbarn immer besser ist als auf der eigenen. Kennt ihr das? Also dem geht es viel besser als mir. Die ehrliche Erkenntnis ist, wenn man diese Menschen, von denen man glaubt, dass es denen besser geht, wenn man die ein bisschen besser kennenlernt, merkt man, die haben ihr Päckchen auch zu tragen. Und das ist die Erkenntnis, die man irgendwann für sich in seinem Leben entdecken kann. Wenn du denkst, wieso geht es mir so schlecht und dem anderen so gut. Jemand hat mal gesagt, wenn man mit den Indianern reden will, renn mal ein paar Tage in seinen Mokassins und dann wirst du mitkriegen. Der hat genauso seine Wehwehchen und seine Schmerzen und seine Probleme, mit denen er kämpft. Ich habe ein bisschen nachgeguckt. Die meisten von euch können sich noch an diese Boxlegende Mohammed Ali erinnern. Der hat einen Spruch geprägt, der ihn mehr oder weniger berüchtigt gemacht hat. Dieser Spruch hieß, I am the greatest. Ich bin der Größte. Das hat er vielleicht auch tatsächlich geglaubt. Am Ende seiner Karriere musste er zugeben, dass sein Körper nicht mehr mitspielt. Die Parkinson'sche Erkrankung hatte ihn gepackt und nicht mehr losgelassen. Der Mann, der mal von sich sagen konnte, ich bin der Größte und der Beste, musste plötzlich resigniert feststellen, ja, ja. Und trotzdem gibt es diesen Punkt in meinem Leben, der mich packt. Steve Jobs, wahrscheinlich einer der genialsten Köpfe der Computerbranche, der Chef von Apple. Man hat seinen Besitz geschätzt auf ungefähr 8,3 Milliarden Dollar. Der Körper stellt irgendwann eines Tages fest, dass der Krebs ihn erwischt hat. Und es brauchte gar nicht lange und sein Körper musste zugeben, dass er nicht stark genug ist. Es gibt einen super Basketballer, sein Name war Magic Johnson, ein super Spieler, der ein einziges Mal fremd ging. Und das reichte aus, um ihn seine Karriere beenden zu lassen, weil er sich mit Aids infiziert hatte. So diese Geschichte, ich glaube, dass alles klasse ist. Und bei den anderen sowieso, die so toll und so berühmt aussehen, das dauert meistens nicht so lange. Irgendwann merken wir, es gibt so ein bedeutendes Wort und so ein gefährliches Wort. Das hat bloß vier Buchstaben. Und dieses Wort heißt Aber. An noch so tolle Geschichten, noch so großartige Erfolgsrezepte, hängt sich plötzlich dieses kleine, vier Buchstaben große Wort. Aber. Sie sieht toll aus. Aber. Sie leidet an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er ist super erfolgreich. Aber. Er kämpft mit MS. Oder wie immer du die Geschichte nennen willst. Und plötzlich merken wir, diese Hoffnung bei den anderen sieht so toll aus. Und deswegen würde ich gerne mit ihrem Leben tauschen. Ich habe aufgehört damit. Sondern wenn du reinguckst, merkt jeder von uns, dass er irgendwo in seinem Lebensbereich dieses Aber hat. Irgendein Punkt, mit dem du kämpfst und sagst, ich würde mir wünschen, dass ich da irgendwie durchbreche. Aber ich habe noch nicht den Punkt gefunden. Ich habe noch nicht den Schlüssel gefunden. Und vielleicht sitzt du genau deshalb heute Morgen hier. Ich habe in der Bibel eine Geschichte gefunden, die genau dieses Aber widerspiegelt. Diese unglaubliche Situation, wo scheinbar alles klasse ist und dann plötzlich schleicht sich dieses Aber ein. Eigentlich eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Da geht es in diesem biblischen Bericht um Israel und das, was das ganze Volk betrifft. Und mit einem Mal kommt eine Geschichte eingeschoben hinein und sagt Aber. Wenn ihr mögt, könnt ihr das nachlesen in 2. Könige. 2. Könige, 5. Kapitel. Das ist ein Mann. Wahrscheinlich kann man die Bilderbuchkarriere gar nicht besser gestalten. Der hat auch noch den richtigen Namen. Sein Name ist Naimann und das heißt auf Deutsch übersetzt der Freundliche. Das finde ich ist ein tolles Wort, oder? Der Freundliche. Dieser freundliche Mann ist der oberste des gesamten damaligen Weltreiches. Die Arameer oder auf Deutsch übersetzt heute die Syrer waren die Weltmacht und er war der militärische Oberbefehlshaber. Er hatte es geschafft, die absolute Top-Karriere zu machen. Er saß ganz oben. Und sein König war mit ihm zufrieden. Seine Leute liebten ihn. Er war ein erfolgreicher Bursch in dem, was er machte. Und die Bibel sagt sogar ganz am Anfang, sogar Gott gab ihm Segen zu dem, was er tat. Das fand ich nicht schlecht. Stell dir vor, du setzt dein Leben ein, du machst irgendeinen Job und dann kommt auch noch der Segen Gottes zu dem, was du machst. Und du bist der super erfolgreiche, smarte Typ, dem alles gelingt. Und du stehst egal wo, immer auf der ersten Seite der Boulevardpresse. Deine Frau liebt dich, deine Kinder finden dich großartig. Deine Nachbarn räumen deinen Müll weg, schon vor lauter Ehrerbietung und Begeisterung. Hey, das Leben ist großartig. Und dann sagt die Bibel, aber, Punkt, 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 Punkt. Eines Tages steht dieser Mann wieder vor seiner gespiegelten Badezimmerwand. Nach der Dusche, er schaut sich seine Muskeln an. Er findet sich toll und stellt plötzlich oben an seiner Schulter so einen ganz komischen, weißen, pelzig werdenden Fleck fest. Und je näher er rangeht, desto mehr merkt er, ey, das ist irgendwie ganz komisch. Und dann entdeckt er, das ist das typische Zeichen für die damals furchtbarste Krankheit, die du bekommen konntest. Lebra, Aussatz. Und er wusste, wenn sich das bestätigt, dann lebt er die nächsten Jahre im Ghetto, bis ihn die Krankheit aufgefressen hat. Langsam, aber sicher setzt sie sich durch. Und er weiß genau, wenn das rauskommt, dann kann er seinen Job am Nagel hängen und den Rest auch. Und mit einem Mal kommt dieses Wort aber in sein Leben. Alles war bisher toll. Wahrscheinlich würden wir sagen, dieser Mann musste sich überhaupt keine Sorgen machen. Die Rente war gesichert, wahrscheinlich viel mehr Geld, als er je in seinem Leben ausgeben konnte. Und plötzlich kommt diese Krankheit in sein Leben. Und er weiß genau, ich bin ein Todeskandidat. Es gibt null Hoffnung. Natürlich war der religiös, wie alle Leute damals. Es gab auch einen syrischen Gott, der hieß Ammon. Und dieser syrische Gott, auf Deutsch übersetzt, heißt es der Brüllende. Ich meine, ob ich mir einen Gott aussuchen würde, der mich immer nur anbrüllt, weiß ich auch nicht genau. Aber immerhin, das war der, den sie hatten. Mehr gab es ja nicht an Alternative. Der tat auch nichts. Seine Bemühungen von irgendwelchen Fachleuten seiner Zeit, medizinische Hilfe zu bekommen, war gleich null. Weil alle wussten genau, gegen Lebra, gegen Aussatz gibt es keine Lösung. Jedenfalls nicht in unserer Zeit. Er wusste, dass er sterben wird. Das war ganz, ganz sicher. Die Frage ist, was machst du, wenn die Diagnose bei dir vor der Tür steht? Was machst du, wenn es dir geht wie nahe einem Mann? Dass du merkst, da frisst irgendwas an deinem Leben. Da frisst was an deiner Seele. Da schlummert ein Schmerz, den du nicht loswerden kannst. Da schlummert eine furchtbare Erinnerung, über die du am liebsten nicht redest. Da gibt es unaufbearbeitete Verletzungen, die so brutal sind, dass du dir sagst, ey, bloß nicht. Da kennst du dieses schreckliche Versagen in deinem Leben und weißt genau, du kannst da nicht gegen an. Oder diese furchtbare, schleichende Krankheit, die dir signalisiert, es gibt keine wirkliche Hilfe. Für manche Leute ist diese innere Ansteckung mindestens genauso stark. Da wirst du gefressen von deiner Bitterkeit. Vielleicht gefressen von deinem Neid oder deiner Angst, wie auch immer du das nennen willst. Und du spürst, deine Seele ist krank. Und du hast keine Ahnung, wie du die Sache Herr werden sollst. Und diese Lebra auf deiner Seele frisst dein Herz. Die Bibel nennt das Sünde, Worte, Gedanken, Taten, Handlungen, die uns von diesem Lebensstrom der Beziehung mit Gott in irgendeiner Form abklemmen. Und wir merken, das Eigentliche, das wir hatten, die eigentliche Freude am Leben, das eigentlich Pulsierende, das ist irgendwie verloren gegangen. Und wenn dieses Abgeklemmtsein lange genug anhält, dann stirbt der Rest irgendwann weg. Und die Frage, die sich dieser gute Nahemann gestellt hat, wahrscheinlich genauso wie du, ist, was hilft? Wie komme ich raus? Gibt es eine Chance? Und für mich finde ich es so großartig, jede Krise hat eine Riesenchance. Immer wenn irgendwas richtig schief geht, werden wir wach. Das ist das Großartige dabei, stimmt's? Jedes Wunder, hat jemand gesagt, beginnt mit einem Problem. Versuch dir diesen Gedanken mal positiv reinzuziehen. Klingt so ein bisschen wie positives Denken, aber da steckt eine Wahrheit drin. In jedem Problem steckt die Chance eines Wunders. Und tatsächlich kann ja nur der auch an der Lösung arbeiten, wenn er zugibt, dass er ein Problem hat. Und da hatte Nahemann mittlerweile kein Problem. Zuzugeben war nicht mehr schwierig, weil alle haben sowieso gesehen, dass es offensichtlich war. Leute, ich wünsche uns, dass wir das heute Morgen für uns realisieren. Es macht gar keinen Sinn, Dinge verheimlichen zu wollen oder so zu tun, als wenn alles klasse ist. Wenn du merkst, ich habe ein wirkliches Problem und da brauche ich eine Lösung von Gott. Dann ist es klasse, das zuzugeben. Denn hinter diesem Problem steckt ja am Ende immer die Frage, wo finde ich Hilfe dafür? Hinter jedem Problem steckt ja auch diese Anfrage, ist mein Alltag wirklich in Ordnung? Sind die Lebensbereiche, die ich so vor mich hinlebe, sind sie okay oder möchte Gott tatsächlich, dass ich was ändere? Gibt es Dinge, die ich hinterfragen muss, weil sie nicht wirklich klasse laufen? Und deswegen finde ich das toll, dass du heute Morgen hier bist, weil Gott kann dir mitten rein in deiner Situation seine Hilfe schenken. Das Zweite, was mich unglaublich an Gott beruhigt, ist, dass er die Lösung schon mitgeliefert hat. Im Haushalt von Nahemann gab es eine Frau, eine junge Frau zugegeben, eine unbedeutende Dame. Sie war als Sklaven in diesen Haushalt gekommen. Die Syrer hatten gewonnen, hatten Israel besiegt und so war es üblich, dann hat man halt die Arbeitskräfte, die man brauchte, aus diesen Ländern rausgezogen. Und so war das hier auch gewesen, dieses Mädchen, ein jüdisches Mädchen. Sie war in diesem Haushalt abkommandiert worden, um der Frau von Nahemann zur Hand zu gehen. Aber sie lebte in diesem Haushalt und sie hatte die Lösung. Ganz tief in jedem Menschen gibt es sowas, die Bibel würde das als unseren schlummernden Geist bezeichnen. In jedem von uns gibt es ein Bewusstsein, dass es mehr gibt als nur unseren Verstand und die uns umgebende Welt. In jedem von uns steckt dieses Bewusstsein, dass es Gott geben muss. Biblisch ausgedrückt gibt es so einen Satz, da heißt es, Ewigkeit ist in jedes Herz gelegt. Diese innere Gewissheit, dass es einen Gott geben muss, an den wir uns wenden können. So die Lösung steckt schon in dir. So wie dieses Mädel schon in diesem Haushalt da war, das kann man gut als Symbol nehmen. Und dieses Mädchen kommt eines Tages zu ihrer Herren und sagt, ich habe die Lösung. Dein Mann muss nur dahin gehen, wo Gott präsent ist. Und wenn er dann diesen Gott berührt, dann wird er ihn heilen. Und die Frau hat nichts Besseres zu tun, als zu ihrem Mann zu gehen und zu sagen, du hör mal, du hast bisher noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Es gibt eine Lösung, auf die sind wir noch gar nicht gekommen. Ich glaube, dass in unserem Unterbewusstsein, wenn wir zur Ruhe kommen und wenn wir mal aufhören, nur unsere menschlichen Möglichkeiten uns vor Augen zu führen, sondern wirklich in diese innere Stille kommen, dann kommt aus unserem Unterbewusstsein, die Bibel nennt das unserem Geist heraus, kommt die Lösung nach oben. Und Gott gibt uns Impulse und sagt, hey, diesen Bereich solltest du mal anpacken. Menschen, die in ihrer Not plötzlich diesen Impuls bekommen, hey, geh in die Kirche. Such jemanden, der beten kann. Fang mal an, die Bibel zu lesen. Ja, mit dem Mal werden Dinge lebendig, die du als Kind gehört hast. Irgendwelche Bibelferse kommen wieder hoch. Genau, Gott hat durch seinen heiligen Geist deinen Geist berührt und er sagt dir, die Lösung steckt schon in dir. Du musst anfangen, nach Gott zu suchen. Du musst anfangen, das, was er an Potenzial in dich reingelegt hat, das musst du lernen, lebendig zu machen. Das, was wir Vertrauen nennen, das, was wir Glauben nennen. Fang an, diese Kraftquelle, die in dir ist, lebendig zu machen. So wie dieses Mädel, das die ganze Zeit im Haushalt schon präsent war. Aber du musst auf diese innere Stimme hören. Und das war der Punkt. Damals, totales Patriarchat, da hat der Mann nicht auf die Frau gehört. Das hat sich bei manchen bis heute nicht geändert. Aber vor ein paar tausend Jahren war das ganz normal, dieser Lebensstil. Man hörte nicht drauf, sondern wenn man überhaupt auf irgendwann hörte, dann auf sich selber oder vielleicht den Vorgesetzten. Wir müssen lernen, auf diese Stimme Gottes in uns zu hören. Wir müssen lernen, auf die Stimme des Heiligen Geistes in uns zu hören. Eine Sklavin, der hörte schon überhaupt niemand zu. Und dann auch noch aus einem feindlichen Land. Das war so ein No-Go, das war so eine Unmöglichkeit nie im Leben. Leute, uns geht das ganz ähnlich, dass immer wieder Gott versucht, durch den Heiligen Geist in unser Herz reinzureden und unsere Verstandes- und unsere Gefühlsebene, die blendet dieses Reden Gottes aus. Aber ganz tief drinnen redet Gott permanent und unterbrochen zu dir. Und er versucht dir klarzumachen, da gibt es Bereiche in deinem Leben, die brauchen Heilung, die brauchen Veränderung, die brauchen Erneuerung. Mach es bitte nicht so weiter, weil du schadest dir selber. Die Größe dieses Mannes besteht darin, dass er auf diese Stimme hört und sich in Bewegung setzt. Und hier ist für mich der dritte Schritt, den ich gewaltig und den ich unglaublich wichtig finde, wenn du eine Lösung willst. Die Lösung liegt nämlich darin, dass du bereit bist, Opfer zu bringen. Wenn du irgendwas in deinem Leben erreichen willst, dann musst du eine innere Festlegung treffen, ich bin bereit, dafür Opfer zu bringen. Nein, Mann, der ging hin und die Bibel beschreibt das. Er nahm 6000 Schäkel Gold mit, riesen silberbeladene Kamele, alle möglichen tollen Klamotten, weil er war bereit und machte eine riesen Reise, weil er sich sagte, wenn ich diese Hilfe Gottes will, dann muss ich bereit sein, einen Preis dafür zu bezahlen. Und ich dachte, clever, liebe Freunde, das ist in unserem Leben kein Stück anders. Wir kennen diesen Satz, was nichts kostet, taugt nicht, oder? Mein Vater, der hatte immer den Spruch, wenn er Werkzeug kaufte, dann war sein Vers immer, für so billiges Zeug habe ich kein Geld. Und da liegt eine Wahrheit drin. Kauf kein Mist. Ja, was nützt dir eine Säge oder einen Hammer? Zweimal gebraucht, bricht das ganze Ding auseinander. Ja, Stil ist abgebrochen, du ärgerst dich nur, kauf gleich was Ordentliches. Und so ähnlich ist es hier auch. Wenn du wirklich von Gott eine Berührung willst, die Qualität in deinem Leben hinterlässt, sei bereit, dafür einen Preis bezahlen zu wollen. Leute kommen immer wieder und erzählen nette Dinge. Weißt du, ich möchte so gerne, dass meine Finanzen den Berg hochkommen. Ja, was musst du tun, wenn die Finanzen den Berg hochkommen sollen? Sparen, ordentlich schaffen, stimmt's? Dich mit Sachen zufrieden geben, richtig Urlaub streichen. Hey, das kostet einen Preis, ist es wahr? Geht nicht von alleine, oder? Wie ist es, wenn du sagst, hey, ich möchte so gerne in meiner Ehe, dass es richtig gut läuft. Du musst ein Opfer bringen. Hast du darüber nachgedacht? Dann musst du dir als Mann überlegen, wo verbringe ich meine meiste Zeit? Ist es wirklich angesagt, dauernd in meinem Job rumzuspringen oder sollte ich anfangen, ein Opfer zu bringen, meine Schwerpunkte neu zu ordnen und mehr Zeit mit meiner Frau zu verbringen? Stimmt's? Das kostet dich einen Preis. Wenn du sagst, ich will ein gesundes Leben, dann kostet dich das einen Preis. Dann musst du dir überlegen, hey, ist meine Ernährung wirklich so, dass sie meinem Körper hilft oder dass sie meinem Körper schadet? Und dann musst du plötzlich die Chipstüte in die Mülltonne schmeißen und sagen, hey, in meinem komischen Schrank habe ich viel zu viel komische Süßigkeiten, die überhaupt nicht gut für mich sind. Raus mit dem Zeug. Oh, Schmerz, das kostet dich einen Preis. Dass du sagst, hey, Cola wird gestrichen. Die ganzen Giftstoffe, die da drin sind, warum soll ich sie mir antun? Raus mit dem Zeug. Stimmt's? Das kostet dich einen Preis. Richtig? Ja. Oh, dann müsste ich mich auch noch bewegen. Das kostet mich auch einen Preis. Und so weiter. Leute, der Punkt ist, wenn wir Dinge wollen, die unser Leben nach vorne bringen, dann kostet uns das einen Preis. Und alles andere ist dummes Geschwätz. Und dieser Mann hatte das begriffen. Wenn ich wirklich von Gott etwas empfangen will, dann kostet mich das einen Preis. Und er hatte nur nicht verstanden, in welche Richtung das geht. Deswegen dachte er, man muss das kaufen. Aber die Bibel sagt, wenn du Gott liebst, was ist die Herausforderung, die mit dieser Liebe zu Gott gekoppelt ist? Dann steht da, dann halten wir seine Gebote. Stimmt's? Das ist der Preis. Wenn du zu deiner Frau sagst, Schatz, ich liebe dich, aber du hilfst niemals im Haushalt mit, dann ist das blödes Geschwätz. Weil wenn du sagst, ich liebe dich, dann kostet dich das auch einen Preis. Ganz normal. Nein, Mann, war jemand, der sagte, das stimmt. Gott, was muss ich tun? Was ist dein Programm? Und jetzt kommt das Programm, Freunde, und jetzt wird es spannend. Da kommt der Bote, stellt sich vor die Tür, als nahe Mann mit seinem riesen Tross und dem gesamten politischen Equipment, das man damals so um sich rum hatte. So, man schätzt, dieser Mann kam so mit ungefähr tausend Leuten. Damals ging man, wenn man so eine Position hatte, nicht mal eben vorbei, den Mann des Herrn zu besuchen, sondern da brachtest du alles mit, damit jeder sehen konnte, ey, hier kommt der Held. So, jetzt versuch dir mal vorzustellen, in diesem kleinen Dorf in Dotam, da wohnte nämlich der gute Elisa, da sitzt du in deiner kleinen Hütte und mit mal wird dieses Dorf mit einer riesen Armee von Leuten überschüttet, die alle vorbeikommen, um mal bei dir an der Tür zu klopfen. Das war schon die riesen Militärparade schlechthin, als die da alle durchkamen, aber als die dann auch noch bei diesem Haus hielten, was war die Erwartung? Hör mal, wenn Frau Merkel bei dir an der Tür klingelt, ja, was würdest du tun? Die Tür nicht aufmachen, oh, Frau Merkel, bloß nicht. Nein, was ist die normale Reaktion? Natürlich gehst du hin, du würdest vielleicht nochmal gucken, kurzer Blick ins Spiegel ist noch alles einigermaßen okay, kann man so rausgehen, ja, Kittelschürze, ne, hab ich nicht, aber wenn man hätte, los und dann, hurra, mal gucken, was läuft. Da kommt die Crème de la Crème, der wichtigste Mann überhaupt und der Mann Gottes sagt zu seinem Diener, sag ihm mal Bescheid, siebenmal untertauchen im Jordan, gehabe dich wohl. Der Nahemann, der ist zusammengebrochen innerlich, das gibt's noch nicht, da kommt der noch nicht mal selber. Aber ich bin Neimann und der schickt da nur irgendeinen popeligen Diener und dann soll ich auch noch in dieser Dreckbrühe baden. Das konnte der gar nicht nachvollziehen und der hat recht. Er gibt folgendes Argument an, er sagt, bei uns sind die Flüsse und dann sagt er, Abana und Parpa, die beiden Flüsse, die sind viel besser. Ich musste darüber lachen, als ich das las. Abana heißt auf Deutsch übersetzt Goldfluss. Ich verstehe, da hätte ich auch gebadet, ja. Und nach dem Baden guckst du in der Badehose nach, liegen ein paar Goldkörner, ist doch nett, oder? Also da kann, da macht das Baden noch Spaß, ja, wenn da noch was rauskommt. Und die Anweisung Gottes durch den Diener ist, geh in den Jordan und tauch dich siebenmal unter. Ich habe darüber angefangen nachzudenken und zu beten und gesagt, Gott, du schreibst ja nicht irgendwas, einfach nur zufällig rein. Was ist die Intention? Warum schreibst du das rein? Was passiert beim Untertauchen? Hast du schon mal versucht, darüber nachzudenken? Wie kommst du denn unter Wasser? Was musst du machen? Du musst dich bücken, stimmt's? Das war keine gute Übung für Naimann. Nicht, weil er was mit der Bandscheibe hatte, sondern weil er innerlich eine Sache überhaupt nicht konnte. Sich bücken. Das hatte der nicht gelernt. Weil wer war der Chef? Ich bin der Chef. Und das läuft, wie ich das sage, stimmt's? Leute, wenn wir zu Gott gehen und wenn wir von Gott was wollen, dann diktieren wir nicht die Bedingung, sondern Gott diktiert die Bedingung. Überleg dir immer gut, willst du Heilung von Gott oder will Gott Heilung von dir? Wenn du was von ihm willst, fängst du an, dich nach seinen Bedingungen zu richten und andersrum läuft es nicht. Und hier liegt ein Punkt, der ganz, ganz massiv ist. Deswegen musste der Mann, das war die erste wichtige Lektion, ist, hey, hast du gelernt, dich zu bücken? Hast du gelernt, dass du nicht der Chef bist? Leute, das erlebe ich immer wieder, die kommen, ich war jetzt in Hamburg ein paar Tage, da kommen Leute und wollen Gebet und Hilfe von Gott. Und dann erzählen sie Gott, also das muss aber so und so und so und so funktionieren. Hey, vergiss die Geschichte einfach. Nicht du erzählst Gott, wie es läuft. Und das war der erste Punkt, den er lernen musste. Hey, wenn ich was von Gott will, dann muss ich lernen, mich zu beugen und zu sagen, Gott, du bist der Chef. Und wie oft musste er das üben? Fand ich auch spannend. Hat nicht einmal gereicht, stimmt's? Leute, das ist bei uns nicht anders, oder? Das Zweite, was ich entdecke, ist, warum muss er in den Jordan rein? Jordan heißt auf Deutsch übersetzt, der Herabsteigende. Was für eine symbolische, starke Lektion. Gott macht diesem Mann doppelt, hält besser. Macht ihm das klar und sagt, mein Freund, du musst eine Haltung lernen, wenn du von mir irgendwas haben willst. Du musst von deinem hohen Ross runtersteigen und wieder diese Bewegung lernen. In Philippa 2, Vers 10 sagt die Bibel, jedes Knie wird sich beugen und wird was bekennen müssen. Jesus, du bist der Herr. Leute, und wenn wir von Gott irgendwas empfangen wollen, dann ist genau das die Einstiegslektion, die Gott mit uns übt. Willst du von deinem hohen Ross runterkommen und sagen, Gott, du bist der Chef oder willst du Gott erzählen, wie es geht? Ich habe mich gefragt, Gott, wieso muss der Bursche siebenmal die Sache üben? Das ist doch spannend, oder? Siebenmal. Ich glaube, hier redet Gott darüber, dass bevor der Körper heil wird, in unserer Seele Prozesse der Heilung in Gang gesetzt werden müssen. Dass es Prozesse der inneren Heilung geben muss, bevor die äußere Heilung sich durchsetzt. Und nach dem ersten Mal untertauchen, habe ich mir vorgestellt, ich wäre nahe, Mann. Wenn ich das erste Mal unter Wasser gegangen bin, was wäre meine erste Reaktion gewesen, wenn ich aus dem Wasser rauskomme? Gucken. Ist schon was passiert oder nicht? Oder? Das wäre meine erste Reaktion. Also weiß ich nicht, ob ihr da heiliger seid als ich. Also ich hätte beim ersten Mal gleich geguckt, ob man irgendwie schon sehen kann, da geht was oder da geht nichts. Und was ist die ehrliche Antwort, nachdem er das erste Mal guckt? Null. Ist nichts passiert? Fragezeichen. Oder ist innerlich was passiert? Der erste Punkt, den Gott mit ihm anpackt, so glaub ich war, war sein Ungehorsam und seine Rebellion. Muss Gott unseren Ungehorsam anpacken? Leute, wisst ihr, was ich erkenne bei mir? Ich weiß so viel und ich tue so wenig davon. Wenn ich mit Leuten rede, die mit irgendeinem Problem um die Ecke kommen, dann höre ich immer nach den ersten fünf Minuten, wissen sie, ich wusste ja, was ich hätte tun müssen. Na klar haben wir das gewusst, stimmt's? Nur was ist das Problem? Wir tun's nicht. Na klar weiß ich, dass ich das und das und das machen sollte. Ja, aber ich mach's nicht. Unser erstes Problem, mit dem Gott immer wieder mit uns rumackern muss, ist unsere Haltung zum Ungehorsam. Dass wir die Dinge, die wir eigentlich wissen, nicht tun. Gott hatte diesem Mann ganz deutlich gesagt, was er tun muss. Siebenmal im Jordan untertauchen und alles, was der macht, ist, der tritt auf die Bremse und sagt, will ich aber nicht. Hallo, schöne Grüße. Gott fängt immer an, diesen Punkt mit dir anzupacken, wenn du willst, dass du gesund werden sollst. Das ist der erste Punkt, den er mit dir anpackt, immer dein Ungehorsam. Dass Gott zu dir sagt, hör mal, mein Freund, du hast den Schlüssel in der Hand. Du kannst den Schrott rausschmeißen, der mich daran hindert, dich zu segnen. Oder du kannst ihn auch behalten. Am Ende entscheidest nur du. Aber wenn du Heilung willst, schmeiß den Schrott raus. Schmeiß die Sünde raus, von der du weißt, dass sie in deinem Leben ist. Mach die ganzen halben Geschichten, von denen du weißt, dass sie nicht in Ordnung sind und dich nicht nach vorne bringen. Schmeiß sie raus, wenn du wirklich Heilung willst. Erster Punkt. Er übt das mit dem Sichtbeugen nochmal. Wieder ist er unter Wasser und wieder kommt er hoch. Und jede Wette, wieder hat er auf seinen Arm geguckt, ob was passiert ist. Und wieder ist nichts passiert. Warum nicht? Ich glaube, der zweite Bereich, mit dem Gott so ganz viel Mühe hat, wo er unser Herz berühren muss und wir innere Heilung brauchen, ist unser Starrsinn oder unser Eigensinn. Ich glaube, dass die meisten Tragödien in unserem Leben damit beginnen, mit diesem Satz, den er auch sagt. Ich hatte bei mir gedacht, dass... Gott, ich habe eine Vorstellung, wie das zu funktionieren hat. Ich sage dir schon mal meine Lösung und ich gebe dir das Programm gleich mit, wie du es dann zu machen hast. Und dann wundern wir uns, dass Gott sich nicht als Wunscherfüllungsmarionette von uns missbrauchen lässt und sagt, nee Leute, so läuft das nicht. Gott wünscht sich so sehr, dass wir lernen zu begreifen, dass er gut ist. Und dass er tatsächlich weiß, wie es am besten für uns ist. Gott will am Ende unser Herz, er will eine Herzensbeziehung. Er will nicht so eine Missbrauchsbeziehung, wo wir hingehen und irgendwas abholen und dann war es das. Gott spielt auf dieser Ebene nicht mit. Und deshalb fängt er an, wenn wir Heilung wollen, diesen Punkt ganz, ganz stark in unserem Leben zu betonen und zu sagen, du, willst du deinen dicken Kopf durchsetzen oder willst du hören, was ich dir sagen will? Und dann kommt das dritte Mal untertauchen. Und wieder taucht er auf. Und wieder ist äußerlich nichts zu sehen. Und wieder kommt die Erkenntnis, Gott, woran willst du gerade arbeiten? Und ich glaube, das ist der dritte Bereich, an dem Gott mit Nahemann und mit dir auch arbeitet, ist unser Stolz. Hey, ich bin doch schließlich wer, oder? Gott, ich bin der Bauchnabel der Welt. Also um mich musst du dich doch gefälligst kümmern, oder? Außerdem habe ich in der Gemeinde das und das Amt und die und die Jobs mache ich. Und überhaupt in meiner Familie waren wir immer schon fromm. Gott, also wenn du für sonst niemanden was tust, aber für mich musst du was tun. Muss Gott? Nee, muss er nicht. Was übt er mit dir? Beugen, untertauchen, runtersteigen, dein Stolz loslassen. Mögen wir diese Übung? Nein, mögen wir nicht. Ist sie nötig? Ja, ganz furchtbar. Und er übt mit dem guten Kollegen. Mann, oh Mann. Da kommen seine Diener zu ihm und sagen zu ihm, nein, Mann, du alter Ange... Nein, das haben sie natürlich nicht gesagt, das haben sie sich im Stillen gedacht, ja. So wie deine Nachbarn sich auch alles Mögliche über dich denken, wenn sie dir einen guten Rat geben. Dann sagen sie zu ihm, hör mal, mein Freund, hätte der Prophet gesagt, du musst irgendeine tolle Leistung vollbringen, mit der du dir nachher auf die Schultern klopfen kannst, dann hättest du es gemacht, oder? Ja, jetzt, wo er was von dir erwartet, was eigentlich nur Demütigkeit erfordert. Da hast du Stress? Oh, Schmerz, wenn die Leute kommen und dir mit ihren Weisheiten so richtig in der stolzen Seele rumbohren, ne? Und du denkst, ey, das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Nee, muss doch nicht. Aber die Lösung ist es trotzdem. Manchmal muss der Stolz einfach runter, Leute. Es gibt keine Alternative. Woran erkenne ich Stolz? Wenn ich beleidigt bin, wenn es nicht so läuft. Wenn ich sauer bin, wenn es nicht so läuft. Hallo, schöne Grüße. Der Stolz sagt gerade, guten Tag. Kannst du sofort entdecken. Und der Herr hilft ihm und lässt ihn fröhliche Beugen machen. Kommt das vierte Mal. Und beim vierten Mal habe ich drüber nachgedacht. Was hindert uns an unserem Herzen von Gott wirklich zu empfangen? Und ich habe festgestellt, das ist eine Haltung von Selbstmitleid. Warum trifft es mich? Wir sagen das ja nicht laut, aber wir denken dann, hätte ja auch die Nachbarn treffen können. Aber warum trifft es mich? Wieso muss ich damit kämpfen? Ich habe das nicht verdient. Und dann kommt so eine Mentalität in unseren Kopf, dass wir uns einfach nach hinten lehnen oder zurückziehen oder sauer sind oder uns in so eine Opfermentalität hineinbewegen oder in so eine Passivität. Dann mache ich halt gar nichts mehr. So, wirst mal sehen, was du davon hast. Leute, wisst ihr, was das Problem ist? Der Einzige, der sich mit der Haltung schadet, ist wer? Du, dich selber. Du schadest Gott damit nicht. Dem Einzigen, dem du schadest, bist du selber. Dann gehe ich aber nicht mehr in Gottesdienst. So, Gott, kannst du mal sehen, was du davon hast. Du, soll ich dir was sagen? Das stört den lieben Gott gar nicht. Ehrlich, der ist sowieso da. Der Einzige, dem du schadest, bist du selber. Wie oft fallen wir in dieses Riesenloch? Und nein, man musste kämpfen damit, dass das aus seinem Herzen rauskam. Weil hinter diesem Selbstmitleid liegt ja auch eine Anklage. Gott, was ist mit dir los? Wieso hast du das in meinem Leben zugelassen? Und es kommt zum fünften Mal untertauchen. Jedes Mal diese Übung zu sagen, okay Gott, du bist der Chef. Stimmt's? Fünfte Mal. Ich habe gedacht, Gott, wieso, was ist los? Hat er noch nicht alles gelernt? Und plötzlich wurde mir klar, wie oft muss Gott uns von unserer Wut und unserem Zorn befreien? Wut und Zorn. Ich will. Kennst du das? Und wenn es nicht so läuft, hey, dann lernst du mich aber kennen. Und so versuchen wir, mit Gott zu argumentieren. Gott, ich will. Und wenn du nicht so funktionierst, dann kündige ich dir die Freundschaft, dann kündige ich dir die Nachfolge, dann kündige ich irgendwas. Leute, nochmal denselben Gedanken. Wer will denn was von wem? Will Gott was von dir oder willst du was von ihm? Wenn du was von ihm willst, dann übst du das nochmal mit dem Runterbeugen. Stimmt's? So oft erlebe ich mich in meinem Leben, wo ich zornig bin. Und Gott irgendwann zu mir sagt, hör mal, mein Freund, du kannst jetzt noch ein paar Tage hier rumzocken und du kannst noch ein paar Monate rumrennen und du kannst auf alle wütend sein. Das ändert an der Situation gar nichts. Kennt ihr das? Wenn eure Kinder nicht ihren Willen bekommen, wenn sie klein sind, ja, und richtig gallig sind und rumstampfen und schreien und irgendwann werden sie handgreiflich. Und was machst du denn als Mutter oder Vater? Sagst, na gut, Schatz, kriegst deinen Willen, ist kein Problem. Stimmt's? Machst du das? Also wenn du das einmal machst, ja, dann bist du so mit Dummheit gebeutelt, dass du das dein ganzes Leben lang spielen kannst. Sondern wenn du einigermaßen clever bist als Papa oder Mama, was machst du, wenn die ihren Wutanfall haben? Dann nimmst du sie und sagst, geh mal in dein Zimmer, tob dich fröhlich aus und wenn du wieder normal bist, kommst du wieder vorbei. Ich muss oft drüber lachen, weil Gott mit dir und mit mir das ähnlich macht. Sagt, ey, sei ruhig wütend, wenn du das brauchst, wenn du denkst, du musst dich aufregen, reg dich auf, kein Problem. Das ändert meinen Plan gar nicht. Deswegen tue ich trotzdem, wie ich es mir vorgenommen habe und wie es für dich am besten ist. Stimmt's? Und du kannst die Zeit in deinem Zimmer abkürzen oder du kannst da eine ganze Weile bleiben. Es liegt ganz in deinem Ermessen, wie oft du die Runde in deinem Zimmer, in dem du dann alles verwüstest, machen willst. Gott sagt, du, ich habe Zeit. Ich warte so lange, bis du wieder runterkommst und bis wir beide mal miteinander reden können, so von Herz zu Herz. Will ich aber nicht. Okay, dreh noch eine Runde, ist kein Problem. Der Herr ist so erschreckend geduldig bei solchen Übungen. Und irgendwann kommst du und sagst, Herr, ich habe das verstanden. Macht sowieso keinen Sinn. Dann sagt der Herr, schön, dass wir miteinander reden können. Und dann kommt, was würdet ihr denken? Er darf noch mal üben. Sechste Mal. Merkst du was? Damit Heilung sich durchsetzt, muss Gott oft Prozesse an unserer kranken Seele mit uns durchexerzieren. Und wir wollen diese Schritte hoffentlich schnell hinter uns bringen, aber Gott weiß, dass das für uns elementar nötig ist, dass diese Dinge unseres Herzens geordnet werden und deswegen geht er mit dir durch diese Prozesse hindurch. Und du hast zwei Möglichkeiten. Wenn du lernst, schnell dich zu beugen und zu sagen, Gott, ich habe verstanden, dass du den besten Plan hast, deswegen schmeiße ich den Schrott raus, dann geht die Geschichte schnell. Und wenn du denkst, du musst das nicht machen und du musst ewig dagegen hauen, darfst du. Dauert halt nur entsprechend länger, die Geschichte. Weil Gott wird jeden dieser Punkte mit dir durcharbeiten. Ich gebe dir das schriftlich. Er geht jeden Punkt mit dir durch. Und er ist beim sechsten Mal, mein Freund, hier. Und wieder taucht er unter. Und ich glaube, dass er beim sechsten Mal folgenden Gedanken hatte. Jetzt könnte ja schon mal langsam was sichtbar werden. Ich bin ja kurz vorm Ziel. Und wie viel sieht er? Nichts. Gott geht mit ihm das sechste Mal. Und ich glaube, die sechste Phase ist, wenn Gott mit uns über unsere Selbstgerechtigkeit redet. Wenn Gott mit uns anfangen muss, darüber zu reden, wie ach so schrecklich gut wir doch sind. Liebe Freunde, die Bibel ist total ehrlich. Sie sagt, wir sind alle Sünder. Und niemand, und niemand von uns hat so eine klare, reine Weste, dass alles klasse ist. Sondern jeder von uns braucht Vergebung. Wir brauchen Vergebung von Gott, aber wir müssen genauso lernen, dem anderen Vergebung zu geben. Diese selbstgerechte Haltung, die uns irgendwie über den anderen hebt, ist unser Tod. Und Gott wird so lange mit uns arbeiten, bis wir lernen, wirklich mit Barmherzigkeit dem anderen zu vergeben. Und nicht mehr auf dieser Forderungsschiene miteinander arbeiten. Selbstgerechtigkeit ist immer diese Forderungsschiene. Ich habe geleistet, also erwarte ich, dass du das auch so machst und wehe dir nicht. So kann man übrigens seine Ehe super gegen die Wand fahren. Keine gute Idee in Beziehungen. Und so machen wir das manchmal in der Beziehung mit Gott auch, in dieser furchtbaren Selbstgerechtigkeit. Und Gott sagt, ey, hör auf damit. Es macht dich nicht glücklich. Sondern entdeckt, dass du von Vergebung lebst bist und dass dein Nachbar und dein Ehepartner und deine Kinder, die leben auch nur von Vergebung. Und je mehr du diese Vergebung für dich annehmen kannst, desto mehr kannst du auch Barmherzigkeit an andere weitergeben. Und plötzlich wird deine Seele gesund. Als Naim an diesem Punkt für sich entwickelt, kommt das siebte Mal. Und als er das siebte Mal rauskommt, schaut er den prüfenden Blick an und ist total geschockt. Weil seine Haut ist wie die eines Kindes. Jetzt versuch dir vorzustellen, du bist 50 Jahre und deine Haut sieht aus wie die eines Babys. Das ist nicht normal. Der hatte den Schock fürs Leben, als er seine Haut angeguckt hat. Weil mit 50 hat man normalerweise Falten. Da wird die Sache langsam etwas schrumpeliger. Und jetzt rennt da ein Typ rum mit 50 wie Babyface. Der konnte sich ja nirgendwo mehr sehen lassen. Wenn der unter seine Truppe gegangen ist, die haben ihn ausgelöst. Was ist das denn? Das ist der Chef? Der sieht ja aus wie mein kleiner Sohn. Was hat der denn? Das war Facelifting in seiner absolut perfektesten Form. Ohne Botox, ohne irgendwas. Der Mann sah einfach genial aus. Ich habe darüber immer nachgedacht. Er hatte die Haut eines jungen Babys. Hammer. jeder, der ihn angeguckt hat, hat gesagt, was um alles in der Welt ist mit dem denn passiert? Und alles, was er sagen musste, war, Gott hat was Neues in meinem Inneren geschaffen und dieses neue Leben, das innen war, kam nach außen zum Tragen. Ihr Lieben, das ist der Punkt, den Heilung freisetzt. Heilung bedeutet, dass in unserem Inneren was neu geboren wird an Beziehung zu Gott und diese innere heile Beziehung zu Gott, die macht sich nach außen sichtbar. Und das ist Gottes Punkt, wenn er mit dir und mit mir anfängt zu reden über diesen Punkt der Heilung. Ich habe fasziniert den 15. Vers gelesen, der danach kommt. Da kommt nahe ein Mann, nachdem er diese Taufprozedur hinter sich hat, geht zu diesem Mann Gottes zu Elisa und sagt, jetzt weiß ich, wer der wahre Gott ist und diesem Gott will ich dienen. Ihr Lieben, wir haben Heilung so oft darauf beschränkt, dass wir so gerne die körperlichen Nebenwirkungen, die uns nicht gefallen, abstellen wollen. Und tatsächlich, das passiert auch. Aber das, was Gott viel mehr vorher mit uns möchte, ist was? Er will eine echte Beziehung zu dir, wo du sagst, Jesus, du bist wirklich der Chef in meinem Leben. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann geht Gott mit uns diese Schritte der inneren Heilung zuerst und packt Stück für Stück systematisch all die kranken Bereiche unserer Seele an und geht sie mit uns durch. Und während wir uns auf diesen Prozess dieser inneren Heilung einlassen, beginnt der Geist Gottes eine innere Transformation in uns. Und dann ist die körperliche, diese äußere Heilung eigentlich ein ganz logisches Resultat dieser Prozesse, die vorher in unserem Inneren abgelaufen sind. Christozentrische, von Gott geschenkte Heilung läuft immer von innen nach außen. Und wir wollen das manchmal umkehren, indem wir denken, Hurra, Heilungsgottesdienst, der Prediger legt die Hand drauf, betet ein Gebet, alles ist okay. Gott arbeitet so nicht. Weil Gott es an deiner Gesamtperson interessiert, nicht nur, dass du äußerlich nett aussiehst. Gott ist genauso an deinem Herzen interessiert, genauso an deiner Beziehung interessiert. Und ich habe ein Bibelfers gefunden, der mich nachhaltig berührt. Der steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Da ist es, Gott selbst, der Gottes Friedens möge euch geben, ein völlig geheiligtes Leben zu führen, sodass ihr ganz nach Geist, Seele und Leib bewahrt seid. Gott möchte, dass du ein Leben in seiner Gemeinschaft lebst, das dazu führt, dass du an Geist, Seele und Körper bewahrt bleibst. Weißt du, was das bedeutet? Gott möchte dich nicht dauernd heilen müssen, sondern er möchte, dass du einen Lebensstil entwickelst, wo du von vornherein bewahrt bleibst. Verstehst du den Unterschied? Fried? Wenn du eine Mama bist oder auch ein Papa, ist egal, und deine Kinder kommen jeden Tag nach Hause und haben ihre neu angezogene Hose vom Morgen am Nachmittag mit irgendwelchen Löchern zerrissen, was tust du als gute Mama oder guter Papa? Klar, du flickst die Klamotten immer, aber was wäre dir lieber, wenn die so spielen würden, dass die Hose heil bleibt, stimmt? So, wir erleben unseren Gott, dass er der Gott ist, der tatsächlich das, was wir unheil machen, wieder heilt, aber was ist Gottes eigentlicher Plan, uns zu lehren, wie wir heil bleiben und heil leben können? Und deswegen fordert er uns heraus und deswegen merke ich, hier beginnt Gott in eine neue Richtung mit uns, mit mir selber auch zu reden, aber ich glaube auch mit uns als Gemeinde, dass wir in eine neue Ebene hineinkommen sollen, auch was Heilung angeht, uns nämlich zu fragen, Herr, was für ein Lebensstil können wir entwickeln, dass wir heil an Geist, Seele und Leib bleiben? Hier liegt der Schlüssel. Und hier glaube ich, dass wir was von Gott neu entdecken müssen. Wir lieben alle die Segnungen Gottes, die er uns in seinem Wort der Bibel schenkt und ich liebe das auch sehr. Aber wisst ihr, woras ich glaube, wir müssen neu lernen, die Betonung auch auf die Bedingungen zu legen, dass der Segen wirklich kommen kann. Zu sagen, Gott will mich heilen, wenn ich krank bin, ja, Halleluja, hundertprozentig. Aber ihr Lieben noch besser ist zu sagen, wie lerne ich so zu leben, dass ich gesund bleibe. Stimmt das? Hier liegt die Herausforderung. Und das hat was damit zu tun, dass wir einen Lebensstil lernen, von Gott her geschenkt, wie unser Geist, unsere Seele und unser Körper bewahrt bleiben. Und das ist der Grund, warum Gott in diese Prozesse mit uns einsteigt. Und wenn du heute da bist und du sagst, ja, ich merke, Gott geht mit mir in so einen Prozess rein, herzlichen Glückwunsch, das ist eine Riesenerkenntnis. Wir wollen heute diese Zeit im Abend mal auch ganz bewusst für dieses Gebet nutzen. Und ich möchte dich einladen, wenn du gebeten möchtest und spürst, ich verbinden, ich will mich von Gott berühren lassen, ich will von Gott eine Begegnung heute Morgen, dass du sagst, Jesus, ich brauche mehr von dir. Jesus, ich spüre, das stimmt, da gibt es Prozesse, in die du mich rein führst. Gott, das ist wahr, ich merke, ich bin vielleicht beim ersten Untertauchen stehen geblieben, die anderen habe ich alle irgendwie übersprungen und merke, ich wollte gleich beim siebten Mal wieder auftauchen. Sich im Gebet zu verbinden und zu sagen, es stimmt, es gibt in meinem Leben bestimmte Bereiche, die sind einfach falsch, die laufen schräg. Da brauche ich Gottes Hilfe und Gottes Vergebung. Die Bibel sagt es im Jakobus Brief, bekennt einander, wenn die Sachen falsch sind, damit ihr Heilung empfangen könnt. Gott kommt zu dir und sprich das an heute morgen und du sagst, Gott, ich will mich auf diesen Heilungsweg ganz neu bewegen mit dir. Und du sollst auch beten, wenn du spürst, ja, das ist wahr, Gott, ich habe mich da nicht bewahrt, ich bin da in Dinge einfach reingesprungen, die überhaupt nicht gut sind für mich. Und Gott sagt, ja, auch das will ich berühren heute Morgen. Heilungsgebet, Heilungsgottesdienst bedeutet, ich komme in diese Fülle der Liebe Gottes zurück und ich lasse es zu, dass der Geist Gottes all diese Punkte Stück für Stück berührt. Und das ist klasse. Und nichts ist schöner, so empfinde ich das, als diese Chance, das im Abendmahl ganz bewusst auch entscheidungstechnisch vor Gott zu bringen und zu sagen, Jesus, ich verbinde mich ganz neu mit dir. Aber du hast mich das auch gelehrt, du sagst, wo zwei oder drei miteinander eins werden im Gebet, um Dinge vom Himmel zu holen, dann setzen wir das frei. Gott hat uns dazu gesetzt, füreinander zu beten, dass die Kraft Gottes fließen kann. Nachdem du das Abendmahl genommen hast, werden hier alle möglichen Leute stehen, die für dich beten wollen, die mit dir zusammen beten wollen. Und das ist meine Sehnsucht heute Morgen, dass Gott kommt und hineinspricht in deine Seele, hineinspricht in deine Situation und du ganz neu diesen Heilungs Impuls Gottes empfängst und weiter gehst damit. Ich lade euch ein, beten wir zusammen. Halleluja. Gott, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für so viele klare Schritte, die du uns anbietest, die wir gehen können. Ich danke dir, dass wir nicht bleiben müssen, wo wir sind und wie wir sind. Ich danke dir auch, dass du uns ziehst, Herr. Und ich danke dir, dass du Wahrheit in unser Leben hineingibst, weil du möchtest, dass wir die Wahrheit erkennen, sodass die Wahrheit uns freisetzen kann. Heute Morgen kommst du mit deiner Wahrheit, heute Morgen kommst du mit deiner Gegenwart, heute Morgen lädst du uns ein, Schritte der Heilung ganz neu unter die Füße zu nehmen und sie anzupacken. Und wir wollen das, Herr, weil wir wissen, ohne dich können wir es sowieso nicht bewegen. Herr, wir merken, dass wir so oft unsere Vorstellungen haben und sie versuchen, dir überzustülpen, aber du willst uns lernen, dass wir herabsteigen von unserem hohen Ross und wirklich zu dir kommen und sagen, Herr, es geht nach deinem Weg. Gott, heute Morgen bete ich das, dass es Entscheidungen sind, wo wir uns ganz neu vor dich stellen und sagen, Herr, reinige uns, schaffe uns was Neues, Herr. Gib uns einen neuen Blick des Gehorsams. Herr, gib uns eine neue Herzensliebe zu dir. Befähige uns, unser eigenes loszulassen, um das zu empfangen, was von dir kommt. Ich glaube, dass Gott heute zu einigen Leuten sagen möchte, vertraue nicht so sehr auf deine Gefühle, sondern vertraue auf mein Wort. Ich habe so eine Bibelstelle im Herzen, da sagt Gott, der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und Gott sagt das zu dir in deiner Situation. Ich bin dein Licht und ich bin deine Heilung. Hör auf, Angst zu haben, sondern traue mir zu, dass ich in dein Leben hinein wirken will heute Morgen.